Hi, everyone. Welcome to project of today. My name is Tobias and this is my YouTube channel. Today we start a new project is upgrading the sawmill and let me start by saying I'm sorry about my voice. I'm having a bit of cold. I'm starting by clearing the area around the sawmill of old sawdust. It's also give me a chance to test the dump bed I got for my ATV trailer and also the crane I got for my trailer. I got everything from ATV Husset here in Gothenburg to test out, see what I'm thinking about it. We'll make a deeper review in the future when I've tested everything out more. Let me say wet sawdust is rather heavy. I think it's about one and a half foot around the sawmill with sawdust. Let me say wet sawdust. Das funktioniert sehr gut, wenn du durch den Fortschritten mit dem Fully-Loaded-Träiler Und ich werde es hier geben, denn das ist der Ort, wo ich in der Sommerstelle pute, und es ist ziemlich gut. Ich dachte, dass ich den Boden platte, ein bisschen, und ich benutze ein Winch für Dumping. Und es hat eine spezielle Kräne für Dumping, das folgt der Winch, und es folgt zurück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020